Es geht noch einmal hin zur Fache und Öfter T-Racing übernimmt noch einmal die Führung. Extrem hohe Geschwindigkeiten in der Kurve. TNT Racing geht auf den Erdball rauf. TNT Racing auf den Erdball rauf. Die Rennrante sind vorne. Die Rennrante ist auf der dritten Position, aber Robyran hat die Nase vorn. Robyran auf Platz 1 unterwegs. Statt im Erdball rauf. Statt im Erdball rauf. Der Rennrante ist unter anderem. Hier ist die perfekte Eintracht. Und das geht weiter. Das hier in die Tatsalon. Es geht um Krawatte gegen der Piesel verpasst. Der Mann im Steuer, der Markus Holmann ist aus der Fahrt, der Westerbauer, der Westerbauer, der Westerbauer, der Westerbauer, der Westerbauer, der Westerbauer. Und mit der Hähnrad sind ausgeräumt. Kinkmann auf den zweiten Rad. Abgewunkelt. K&T Racing auf Rad 3 über die Zierlinie. Und der vierte Platz geht an die Black Sharks mit der Startnummer 399.